Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier auf diesem Kanal mit mir, euer mir Lexus. Und herzlich willkommen zu New Super Mario Bros U Deluxe. Und das ist ein richtiger Zungenbrecher. Wenn man den erstmal raus hat, dann hat man es geschafft. Dann hat man es wirklich geschafft. So, wir drücken L und R. Das ist ja wie gesagt das Game, was ich beim Kaufland gesehen habe. So, guck mal, was ist das? Oh, geil, geil, geil. Meme-Modus. Okay, okay, okay. Also wir haben hier drei Spielstände. Der Abenteuer-Modus. Dann hier oben der New Super Luigi U-Modus. Herausforderung. Meme-Modus. Also hier ist alles Meme-Modus. Herausforderung. Schnellspiel. Münzenjagd. Bonusfilme. Und die Tipps. Okay, da ist einiges machbar, merke ich jetzt. Da ist einiges machbar. Wir fangen an mit dem ersten Spielstand. Wie viele Spieler nehmen teil? Einer. Das bin ich. Ah, geil, jetzt kann ich auswählen, wen ich haben will. Okay, warum ist Todd nicht rot, sondern gelb? Okay, also es gibt Mario, Luigi, Todd, Toadette, Mopsy. Okay. Bei Mopsy steht es sehr leicht. Soweit ich weiß, ist Mopsy unbesiegbar oder so gut wie unbesiegbar. Aber wir fangen klassisch an. Wir nehmen Mario. Mario, Spiel beginn. Here we go. Oh. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 das ist das mega stark sehr gut nur da vorne schon das ziel ich bin gut erst geschafft hey los der schreiter hey hey tot 1000 dank für deine hilfe hier gleich zu ich will die feuerblume haben okay also das war jetzt das erste level ein inventar okay neu eine feuerblume mit er wird das inventar aufgerufen die darin aufbewahrten items items nicht items sind besonders in schwierigen level eine große hilfe okay das heißt das könnte ich mir dann auswählen dann könnte ich halt mit der feuerblume mir helfen quasi sag ich jetzt mal let's go level zwei eichenhain level zwei schiefes bergwerk schiefes bergwerk das bergwerk ich dachte schon ich muss können dass sie reden können scheiße hinten ganz viele münzen gewesen egal gottes ist diese dinge sich bewegen habe ich jetzt nicht gewusst wegen die sich auch im mario mecca 2 weil die kann man da ja auch inbauen sehr stark checkpoint nein 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 da wollte ich habe ich jetzt nicht gewusst dass die münze hat er gerade wieder getanzt wir werden es nie rausfinden da schon wieder nicht getroffen ich will bis was da drin ist eine münze natürlich in eine münze das war blöd ab in die röhre in die röhre 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 whatever jetzt da ist wieder das ziel wieder ein level geschafft level 2 geschafft das rocken wir jetzt durch das ding das rocken wir jetzt durch ja so jetzt gehen wir noch in das bonushaus rein hätte ich gesagt ob es passiert jetzt so jetzt gehe ich noch ganz schnell hier rein bock machen tut das schon irgendwie wähle einen block aus und du bekommst das item dass sich darin versteckt aber jetzt wird erstmal gemischt hoffentlich erwischst du kein rosa ok jetzt muss ich darauf achten wo ist browser da ist browser rechts ist browser links ist browser in der mitte links ist browser rechts ist browser in der mitte rechts mitte jetzt kannst du dir zwei blöcke aussuchen also entweder links oder rechts aber sei auf der hut erwischt du einen browser ist das spaß vorbei tot so kenne ich dich gar nicht was ist denn los mit dir denn sie könnte es wahrscheinlich gar nicht richtig sehen weil mein feld kommt davor ist ok links oder rechts was nehmen wir längs rechts links rechts links 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 ich nehme ich nehme die seite mit der ich schreibe und das ist rechts ein pilz aber ich soll beide auswählen das hat sich ja echt gelohnt klasse ok was das für eine krone alle feiern hier was das jetzt für eine krone das möchte ich wissen warum habe ich eine krone was bedeutet die krone wird mir das nicht mehr gesagt okay dann halt nicht so und jetzt gehen wir noch in diese festung rein eichenhain schloss risiko im was im ritzel im ritzelzentrum oder im ritzenzentrum oh das könnte man leicht falsch verstehen oh ritzenzentrum könnte man ganz leicht falsch verstehen ich habe schon so viel von der gehört und moment y und r alter wie geil ist das denn ich ohne scheiß dass man knochen trocken kaputt machen kann wusste ich jetzt noch nicht also das wusste ich echt noch nicht das finde ich schade dass man das sich übernommen hat in mario maker das ist so geil ich feiere diese eisblume ja ich will wissen was da drin ist noch ein eisblume ok stehe und geil richtig geil feiere ich feiere ich leute nein nein voll idiot also ich voll idiot hatte die große münze hole ich mir noch direkt mit richtig stark weil ich fahre die eisblume finde ich mega geil ach das kann ich auch so kaputt machen da muss ich eigentlich gar nicht in die in die hand nehmen das ding kann ich auch einfach nur dagegen springen ok das ist auch ich leute halte moment 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 what komm schon heilleu Scheiße, jetzt bin ich wieder hier unten. Nein, 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 nein. Ganz, ganz gefährlich. Ah, hier. Ah, ja. Ah, ja. Aua, Aua, Aua. So. Einmal hier lang. Einmal da lang, Checkpoint. Mega. Ui, Leute. Nein. Ich hab keine Eisblume mehr. Ich vollidiot. Ui, Alter. Ey, das... Nein. Ich wurde erquetscht. Okay, Leute. Ich bin raus fürs Video. Ja, ich bin raus. Wir werden auf jeden Fall das nächste Mal weitermachen. Auf jeden Fall das Level-Bock mega. Es sieht richtig geil aus wie es sind Zahnrädern. Da kann man sich echt viel abschauen von dem Spiel für Mario Maker. Lör, mach dich auf, was gefasst. Ich werde da definitiv ein paar geile Level dann rausdroppen. Und, ähm... Ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles Gute. Auf rein. Habt noch einen schönen Tag. Auf den nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.